So, herzlich willkommen zurück. Ja, ihr Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben, wir waren ja das letzte Mal hier, da ging es um die Puppen, um das Kind, um das Vaterverhältnis. Ja, ich habe jetzt nochmal mein Headset und mein Sound, ich habe das jetzt wieder rausgestellt, weil das letzte Mal habe ich gemerkt, meine Stimme war zwar laut, aber ja, das Spiel war leise. Aber irgendwann bekomme ich das hin, irgendwann klappt das alles und dann bin ich selber zufrieden. Die Zuschauer waren nicht unzufrieden, aber ja, das jetzt mal war mit den Puppen hier, das war alles so gruselig und ja, und die Psychosen hier haben sich irgendwie auf das Kind weiter übertragen und oh man, verschwunden und das ist alles schräg. Ich hoffe, wir machen mal weiter. Hallo? Ich hoffe ja mal, dass das alles... Was ist vom Sound her? ...ein besser ist? Hallo? Warte, Psy-ps-psych-psychosen wieder her. Hallo, schöne Frau. Schönes Bild. Hallo? Nix? Mhm. Ich gehe mal hier weiter. Ich gucke mal hier so ein bisschen rum. Nix. Ähm. Ja, öffne dich. Hallo? 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 Ich habe mich gerade neuen Dank. Mein Atmen hat man auch gehört. Ein bisschen noch die letzte Schupp. Das hängt irgendwie. Keine Ahnung warum. Ich nehme mal seine Weinflaschen hier und alles... ...getrunken hat... ...das komische Buch... Gott, was geht denn jetzt ab hier? Spiel... hallo? Ich seh nix... ...das ist so dunkel wie immer... Muss ich das Bild angucken, oder? Ich seh nix... oh... Schaukel... ...Stuhl... Was steht hier? Hallo? Was steht hier? Was? Sich im Kreis drehen... Ich bin ja hier in nem Kreis... Ich lauf die ganze Zeit hier... ...wird komischer... ...irgendwelche komischen Gebilde... ...nach mal da so'n Kack hier mit... ...mit... Türen... ...ok... ...drunk... ...getrunken... ...ja... ...ja... getrunken hat er auch... ...das hab ich auch... ...festgestellt... ...zeit... ...alter... ...ey... ...spiel... ...was wird... ...wäh... ...wäh... ... ...also wenn ich ein bisschen lautens... ...noch nicht... ...art... ...was steht hier alles... ...Going Circle... ...sich im Kreis drehen... ...wäh... 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 ...teilen... ...na gut, ihr könnt ja alle Englisch... ...drunk... ...easy... ...to... ...forget... ...nicht so einfach zu vergessen... ...im... ...was im... ...delirium... ...mhm... ... ...ah... ...das ist sowieso... ...Psycho Horror... ...das ist schon krass... ... ...ok... ...hier kann ich raus... ...hier kann ich rein... ... ...äh... ...wo geh ich jetzt lang... ... ...ähm... ... ... ...ja... ...ich hab keine Ahnung... ...ist das alles... ...äh... ...alles 1 oder was... ...Restless... ...was... ...Ruhelose... ...was... ...Ruheloses... ...Andenken... ...m... ...ok... ...ich geh einmal rum... ...so... ...ich hoff hier alles... ...das haut mir alles so hin... ...mit dem... ...sound... ...alles... ...weil ich bin aber selber nicht zufrieden... ...ich bin... ...selber ein Perfektionist... ...das komische Bild... ...ok... ...hier irgendwas... ...hier... 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 ...trunk... ...ja... ...getrunken... ...hat er auch... ...das wissen wir ja... ...hat sein... ...sein Kind selber irgendwie... ...hat selber Probleme gehabt... ...und das auf das Kind übertragen... ...und seine Frau... ...und so... ...alles schräg... ...ich hab auch keine... ...ich hab auch keine Taschenlampe... ...oder sowas... ...was ist das... ...irgendeine Statue... ...ho... ...mhm... ...hallo... ...steht ein Ding da vor... ...weil ich... ...trigger das ja... ...manchmal irgendwas... ...die... ...die... ...die Lichter an- und aus... ...zumachen... ...hm... ...nochmal die Bilder angucken... ...was das wieder... ...acht das soll wohl... ...die festhalten irgendwie... ...ich hab ich ein kranker Mann... ...oder... ...dümm... ...niefgehen... Doug... ...n Ähm, 17. Juni. Er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen gesehen, aber das hindert ihn auch nicht daran, überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören und dass es hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe, verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekommen kommen und dich in deinen Schlaf fressen. Ein grausamer, was ist ein grausamer von dir selbstbesessener, lächerlich Säufer? Hä? Das selber geschrieben, oder? Und seine Psychosen da, oder wie? Ganz verwandt, das Spiel. Make up your mind. Entscheide dich. Okay. Kann man die irgendwie aufmachen? Nee. Hier geht's nicht weiter. Seid der das an seine Frau geschrieben, oder an sich selber? Was ist denn das? Kennt man gar nicht. Irgendwelche Bilder. Aber wenn ich auch irgendwas vergesse, war dann... ...einfach Bescheid sagen. Muss ich das zumachen? Kann ich das drehen? Muss ich das zumachen? Hallo. Mensch. Kommissche Geräusche wird... Oh oh. Ich will da nicht hin. Gott, ich guck auf den Boden. Schon wieder, bin ich wieder tot oder was? Muss das so? Jetzt sieht er seine eigene Frau hier oder was? Alter. Das stimmt mit dem Mann nicht. Ist er jetzt tot oder? Muss das so? Das ist aber so. Muss sich schon so. Das wäre Geräusche hier. Ich drehe noch durch. Alter. Irgendein Schlüssel. Die scheiß Ratten. Er hört ja auch irgendwelche Ratten oder Stimmen oder? Verrückt. Das ist eine komischen Fallen da. So, so eine halbe Tod-Erfahrung. Ja genau, genau hier. So, wo schön viele Fenster sind. Da hingehen. Das bringt's. Aber ich mach's trotzdem. Du-du-du-du-du-du. Du d-du-du-du. Du d-du-du-du-du. Ich dachte, jetzt passiert was. Ah, ich denk hier passiert noch was. Ah, scheiß Ratten, ey. Man hört ja dann irgendwie Ratten, die gar nicht da sind oder sowas. Oder ich krieg schon wieder Schweißausbrüche hier. Ich hab so schön mein Headset auch laut. Das ist nochmal ein anderes Feeling als in den Videos dann, wo das nicht gar so laut ist. Oh, ich krieg hier halbe Color hier. Wenn ich irgendwas verpasse oder hier irgendwas hängt, was ich nicht sehe. Hier kommt bestimmt noch so ne riesen Mörderratte oder sowas. Oh scheiß Vieh. Also, ihr wisst gar nicht, wie ich mich erschrecke. Das Headset, das ist so laut. Das Headset, das ist so laut. Das Headset, das ist so laut.